Drei Möglichkeiten ein selbstgedrehtes Video zu verbessern. Wenn ihr euer Telefon zum Film verwendet, tut allen einen Gefallen und haltet es nicht vertikal, sondern horizontal. Das ist das gängige Format für Fernsehen und YouTube, also solltet ihr das genauso tun. Zweitens, in der Filmbranche spricht man davon, dass ein Film 50 Prozent vom visuellen und 50 Prozent von dem Soundtrack lebt und ihr könnt die Qualität eurer Audioaufnahme drastisch verbessern, wenn ihr ein externes Mikrofon verwendet. Jedes Telefon heutzutage hat einen 3,5 Millimeter Klinkensteckeranschluss, den ihr auch andersrum verwenden und damit jemand Sprechendes aufnehmen könnt. Und beim dritten Punkt geht es um das Licht. Natürlich erwartet niemand ein professionelles Set mit Beleuchtung, aber ihr könnt ganz einfach damit arbeiten, was schon vorhanden ist. Man nehme die Sonne und eine Person. Sensoren arbeiten ähnlich wie eure Augen und wer schon einmal in die Sonne gesehen hat, weiß, dass es keine gute Idee ist. Also stellt euch mit dem Handy einfach so hin, dass ihr die Sonne im Rücken habt und die gefilmte Person von vorne beleuchtet wird. Oder besser noch, stellt euch schräg hin, dann hat die gefilmte Person auch nicht das Problem gegen die Sonne zu sehen.